Hallo Freunde, willkommen bei ASAP Institut. Mein Name ist Matthias und heute erzähle ich von meinem Haus. Seit zehn Tagen wohne ich in einer Wohnung. Die Vorteile sind, die Wohnung ist sehr ruhig. Das ist sehr wichtig für mich. Das Schlafzimmer ist klein, aber das Wohnzimmer ist groß und hat auch einen Balkon. Der Balkon ist windig, aber die Wohnung hat immer genug Licht. Sie ist sehr hell. Die Aussicht von der zehnten Etage ist super. Natürlich hat das Apartment einen Aufzug und er funktioniert immer. Die Nachteile der Wohnung sind, der Weg zur Arbeit ist sehr weit. Ich muss fast eine Stunde jeden Tag zum Büro hinfahren. Also hin und zurück, das sind zwei Stunden, das ist zu viel. Die Nachbarn kenne ich nicht. Wir alle kennen uns untereinander noch gar nicht. Ich kann hier nicht laut Musik spielen. Man darf den Nachbarn ja nicht stören. Ich wohne allein. Das ist sehr traurig. Meine Freundin wohnt im Zentrum. Ich hoffe, dass sie in der Zukunft zu mir zieht und sie diese Wohnung liebt. Darauf hoffe ich jetzt. Schönen Tag euch noch.